Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Das ist eine pakistanische und indische Küche. Heute zeige ich euch, wie ich aus frischem Mais Pfannkuchen herstelle. Diese sind super cremig und lecker. Fangen wir an. Wir benötigen zwei frische Zucker-Mais-Kolben. Ich entferne hier das Grünzeug und die Haare. Und werde jetzt mit Hilfe eines Messers alle Maiskerne entfernen. Ich nutze hier ein Messer und ein Brett. Weil für mich hat diese Variante am einfachsten und schnellsten funktioniert. Den Mais gebe ich in eine Schüssel und gebe hier zwei Eier hinzu. Außerdem gebe ich halben Teelöffel Salz, drei bis vier Esslöffel Maismehl und ca. 6 Esslöffel frische Milch hinzu. Wenn ihr dieses Gericht süß zubereiten wollt, dann braucht ihr keinen zusätzlichen Zucker hinzugeben, denn der Mais ist schon süß. Ich möchte das Gericht aber herzhaft zubereiten und gebe deshalb Salz und Kreuzkümmel hinzu. Außerdem kann dieses Gericht auch ohne Maismehl zubereitet werden. Ich empfehle den Anfängern allerdings das Maismehl zu nutzen, weil das ist viel einfacher. Das Ganze wird nun mit einem Pürierstab fein püriert, bis ihr so eine Konsistenz vorliegen habt. Ist eure Konsistenz noch dünnflüssiger, empfehle ich euch etwas mehr Maismehl dazu zu geben. Ist eure Konsistenz nicht flüssig genug, dann gebt etwas Milch hinzu. Halben Teelöffel Kreuzkümmel gebe ich auch hinzu. Den Kümmel könnt ihr aber auch auswechseln gegen ein anderes Gewürz. Nun gebe ich etwas Ghee oder Öl in die Pfanne. Ich gebe anschließend eine Kelle voll von unserem Teig in die Pfanne und verteile das Ganze gut. Wenn der Teig von einer Seite etwas angebraten ist, wenden wir das Ganze und geben bei Bedarf erneut etwas Fett in die Pfanne. Wenn dieser Pfannkuchen euer gewünschte Bräune erreicht hat, dann ist dieser fertig. Das ist genauso wie Pfannkuchen. Außerdem könnt ihr diesen Pfannkuchen ganz individuell gestalten und hier Kräuter euer Wahl hinzugeben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen oder Backen. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben, weil das motiviert mich sehr für weitere Videos. Bis dahin, liebe Grüße, Koch mit Sultana. Bis dahin, liebe Grüße, Koch mit Sultana.